Bläser, lauter auf dem Schlagzeugmonitor. Ah ja, gut. Ich bin ja im Hiermonitor, der mittelste Überbringer. Alles klar. Das nächste Stück, ein Stück von unserer alten Platte Grounded. Heal Yourself. Und das haben wir aufgenommen. Wie gesagt, die Aufnahme ist schon länger her. Wir haben 2018 das Album veröffentlicht, Anfang 2018. Und haben jetzt das Stück so ein bisschen umdisponiert. Da haben wir noch ganz viele andere Geschichten drin gehabt. Und jetzt haben wir eine Klarinette drin. Und das nächste Stück heißt Heal Yourself. How many wounds are there? How many words have been spoken? How many words have been spoken? How many words have been spoken? H chips nach unten What's left behind What's left behind What's left behind And in your blind Someone whispers in jer Finding that you love Have above But that's enough That's enough Oh, that's your choice, that's your way, I know what you say It's not easy to see when you reach the fire with flames But it's your life Heal yourself, heal yourself Self-destruction is a way to find out what you are, where you are, and who you are. All the ghosts in your head are losing the sense if you know that you have to fall. That's your choice, that's your way, I know what you say. It's not easy to see when you reach the fire with flames, but it's your life. Heal yourself, heal yourself. Thank you for listening. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.